In diesem Tutorial werden wir uns ein paar typische Klausur- bzw. Abituraufgaben zum Thema Bernoulli-Experimente bzw. Binomialverteilung ohne Taschenrechner anschauen. Bevor wir mit den Aufgaben loslegen, will ich noch ein paar wichtige Grundlagen mit euch schnell wiederholen. Grundlagen, die uns bei den Aufgaben, die wir gleich sehen werden, sehr hilfreich sein werden. Selbstverständlich in erster Reihe die Bernoulli-Formel, hier nochmal abgebildet. Zur Erinnerung, eine Binomialverteilung bzw. ein Bernoulli-Experiment wird immer durch drei Parameter festgelegt, n, p und k. Und deshalb werden wir uns jetzt erinnern, was diese Parameter bedeuten. n war sehr einfach formuliert die Anzahl der Versuche oder offiziell auch Kettenlänge genannt, der Bernoulli-Kette. k ist die Anzahl der Treffer und p ist selbstverständlich die Trefferwahrscheinlichkeit. Außerdem taucht hier noch eine kleine Besonderheit und zwar dieses n über k. Das ist natürlich der sogenannte Binomial-Koeffizient. Ich gehe an dieser Stelle davon aus, dass jeder von euch in der Lage ist, ohne Hilfe des Taschenrechnens ein Binomial-Koeffizient auszurechnen. Allerdings gibt es hier bei dem Binomial-Koeffizient vier Sonderfälle, die man für diese Art von Aufgaben auswendig wissen sollte. Und deshalb schauen wir uns diese Sonderfälle nochmal kurz an. Als erstes, n über 0 ist immer 1. Das heißt, als Zahlenbeispiel, egal was, zum Beispiel hier 9 über 0, es kommt immer 1 raus. Dann, n über n ist ebenfalls 1. Also, das heißt, wenn die obere und die untere Zahl beim Binomial-Koeffizienten gleich sind, wie zum Beispiel hier 8 über 8, dann kommt auch 1 raus. Dann, n über 1 ist n. Also, Zahlenbeispiel, 9 über 1 ist natürlich 9. Und unser letzter Sonderfall, n über n minus 1 ist ebenfalls n. Das bedeutet, 9 über 8 ist 9. Also, wenn die untere Zahl um genau ein Wert geringer ist als die obere Zahl, kommt immer die obere Zahl raus. Einen kleinen Hinweis noch an dieser Stelle. Wenn ihr bei dieser kurzen Übersicht Probleme hattet, mir zu folgen, entweder oben rechts unter den i-Punkt oder am Ende dieses Videos im Abspann, findet ihr auch zu dieser Themen passende Tutorials. Und hier ist unsere erste Beispielaufgabe. Ich werde jetzt kurz die Aufgabenstelle überfliegen. Ihr könnt natürlich auch auf Pause, Drücken und Ruhe alles durchlesen. An einem Spielautomaten verliert man durchschnittlich zwei Drittel aller Spiele. Jemand spielt vier Spiele an den Automaten. Mit welcher Wahrscheinlichkeit verliert er dabei genau einmal? Gut, die erste Fragestellung, die ihr euch stellen solltet, ist natürlich, ob diese Fragestellung oder diese Aufgabe überhaupt binomial verteilt ist. Also, ob wir die Bernoulli-Formel nehmen dürfen. Die Antwort ist ja und dafür gibt es zur Änderung zwei Gründe. Der erste Grund wäre, dass bei diesem Experiment nur zwei Ausgänge gibt. Also, entweder man verliert oder verliert nicht bei diesem Spiel. Und zweitens, die Verlustwahrscheinlichkeit ist schon festgelegt und ändert sich nicht. Man verliert durchschnittlich bei zwei Drittel aller Spiele. Also, wir hätten eine Binomialverteilung oder ein Bernoulli-Experiment. Und deshalb blende ich so als Hilfestellung rechts nochmal die Formel ein. Jetzt, damit wir diese Formel benutzen, müssen wir natürlich herausfinden, was N, P und K sind. Zur Erinnerung, N war die Anzahl der Versuche oder die Kettenlänge. Und die haben wir hier. Jemand spielt genau vier Spiele. Das bedeutet, N wäre für uns vier. Dann die Trefferwahrscheinlichkeit P. Wir wissen, dass bei zwei Drittel aller Spiele man eigentlich verliert. Deshalb ist die Trefferwahrscheinlichkeit für Verlust zwei Drittel. Und K, die Anzahl der Treffer, naja, man soll genau einmal verlieren. Diese einmal ist dann natürlich die Trefferzahl K. Und das alles können wir jetzt in dieser Formel nutzen. Das mache ich jetzt auch. Ich setze einfach ein. Also, wir haben dann P von X gleich 1. Ist gleich erstmal N über K. Das bedeutet 4 über 1. Das ist unser Binomial-Koeffizient. Mal P hoch K. P, die Wahrscheinlichkeit für Verlust, beträgt zwei Drittel. Dann entsprechend hoch 1. Und am Ende noch 1 minus P. Also 1 minus zwei Drittel. Und das Ganze hoch N minus K. Das sind dann einfach 4 minus 1. Natürlich können wir diesen Term noch ein bisschen zusammenfassen. 4 über 1, zur Erinnerung. Das war einer dieser Sonderfälle, was wir vorher angeschaut haben. Kommt 4 raus. Dann 2 Drittel hoch 1 sind ja 2 Drittel. Und hier hinten haben wir 1 minus 2 Drittel. Das ergibt natürlich 1 Drittel. Und das Ganze hoch 3. Ja, 4 mal 2 Drittel kann man miteinander verrechnen. Sind 8 Drittel. Und ein Drittel hoch 3 bedeutet einmal 1 hoch 3. Das ist selbstverständlich 1. Und einmal 3 hoch 3. Das sind ja 27. Und die zwei Brüche kann man jetzt noch miteinander verrechnen. 8 mal 1 sind 8. Und 3 mal 27 sind 81. Leider kann man diesen Bruch nicht mehr kürzen. Deshalb ist das hier unser Ergebnis. Wie ihr euch wahrscheinlich schon gedacht habt, gibt es natürlich noch eine Teilaufgabe B. Da steht, formulieren Sie ein Ereignis A für das gilt. Und da unten steht dann eine Riesenformel. Damit ist gemeint, wir müssen praktisch herausfinden, was diese Riesenformel berechnet. Und das in einem Satz oder Antwortsatz ausdrücken. In erster Reihe müsst ihr checken, dass dieser Riesenwurst eigentlich aus drei verschiedenen Termen besteht. Und die tue ich mal jetzt so markieren. Also das wäre ein Term. Dann haben wir hier noch einen. Und hier hinten steht noch einen. Gut. Ihr müsst ja herausfinden, was diese Termen berechnen. Und dann können wir das Ergebnis auch sozusagen zusammenfassen. Natürlich fängt ihr an der Stelle an, wo am einfachsten was zu erkennen ist. Und das ist hier ganz am Anfang bei den ersten Termen. Sollte eigentlich erkennbar sein, dass das eine Bernoulli-Formel ist. So. Anhand dieser Bernoulli-Formel können wir natürlich das n erkennen. n ist 10. Ist das hier bei dem Binomialkoeffizient. Dann k ist auch gut erkennbar. Ist 8. Und dann haben wir noch die Trefferwahrscheinlichkeit 2 Drittel und hoch 8. Also p hoch k an dieser Stelle. Also die Trefferwahrscheinlichkeit war unsere Verlustwahrscheinlichkeit 2 Drittel. Also in Zusammenhang mit diesen Spielautomaten und unserer Aufgabenstellung können wir dann behaupten, dass diese Formel die Wahrscheinlichkeit ausrechnet, dass bei 10 Spielen man genau 8 Mal verliebt. Also. So vereinfacht können wir das hier schreiben. 8 von 10 Verlust. Das wäre die Schlussfolgerung aus der ersten Formel. Bei der zweiten Formel wird es schon ein bisschen nerviger. Und zwar ist es ebenfalls eine Bernoulli-Formel, die allerdings schon zusammengefasst wurde. Zum Beispiel dieser 10 hier vorne. Anhand der Trefferwahrscheinlichkeit, also dieses p hoch k, könnt ihr nachvollziehen, dass die Trefferzahl eigentlich 9 ist. Das bedeutet ursprünglich stand hier vorne 10 über 9. Und das hat man dann zusammengefasst. Das war wieder einer dieser Sonderfälle, die wir am Anfang angeschaut haben. 10 über 9 ist natürlich 10. Deshalb steht nur die 10 hier hinten. Und hier bei dem 1 Drittel gibt es eigentlich auch eine Hochzahl. Aber diese Hochzahl ist so, wie die uns Formel rechts sagt. n-k ist eigentlich 10-9. Und 10-9 ist 1. Deshalb hat man diese Hochzahl nicht mehr hingeschrieben. Also schlussfolgend können wir hier sagen, dass dieser Abschnitt die Wahrscheinlichkeit ausrechnet, dass 9 von 10 Spielen verloren werden. Also wieder 9 von 10 Verlust. Gut. Und der letzte Teil ist, oder kann man ebenfalls das in der Bernoulli-Formel sehen. Wir haben hier 2 Drittel hoch 10. Und wenn wir das als p hoch k sehen, dann heißt es für uns, dass sich das n eigentlich nicht geändert hat. Es ist immer noch 10, aber die Trefferzahl ist auch 10. Das war auch ein Sonderfall für den Binomial-Koeffizient. Zur Erinnerung, 10 über 10 war eigentlich 1. Und hier hinten steht eigentlich noch ein Drittel hoch 10-10. Das ergibt natürlich ein Drittel hoch 0. Und irgendwas hoch 0 in Mathe ist ebenfalls 1. Und weil wir hier 2 1er hatten, wurden sie eigentlich verrechnet mit der Klammer. Und deshalb blieb nur 2 Drittel hoch 10 übrig. Also, diese letzte Formel berechnet dann eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass 10 von 10 Spielen verloren werden. Oder der Verlust bei 10 von 10. Okay, jetzt müssen wir das nur noch in einem Satz zusammen formulieren. Und den habe ich hier rechts nochmal genauer eingeblendet. Also, man könnte es auch so sagen. Ereignis A berechnet die Wahrscheinlichkeit, dass man von 10 Spielen oder bei 10 Spielen am Automaten mit einer Verlustwahrscheinlichkeit von 2 Drittel mindestens 8 Mal verliert. Hier ist die zweite Beispielaufgabe. Sie ist ein bisschen umfangreich. Deshalb nehmt euch in Ruhe die Zeit und liest alles aufmerksam durch. Zur Unterstützung, für den Fall, dass wir es eventuell brauchen, habe ich auch noch die Bernoulli-Formel rechts eingeblendet. Ich werde jetzt kurz die Aufgaben und Stellung überfliegen. Ein idealer Würfel wird 20 Mal geworfen. Betrachtet wird die Anzahl der gewürfelten Sechser. Gegeben sind drei Terme. So, um diese drei Terme kümmern wir uns gleich. Die Teilaufgabe A lautet, geben Sie an, mit welchen der drei Terme die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses, es wird genau 11 Mal eine 6 gewürfelt, berechnet werden kann. Bevor wir uns jetzt eigentlich mit der Fragestellung bei der Teilaufgabe A beschäftigen, werden wir uns erstmal ein bisschen genauer diese drei Terme anschauen und offensichtliche Sachen versuchen zu erkennen. Zum Beispiel bei dem ersten Term. Ich hoffe, dass jeder von euch erkennen kann, hier handelt es sich nicht um eine Bernoulli-Formel, eher um die zusammengefasste Wahrscheinlichkeit für ein bestimmter Weg in einem Baumdiagramm. Also der Binomial-Koeffizient vorne fällt eindeutig, das kann keine Bernoulli-Formel sein. Bei dem zweiten Term. Hier haben wir klar und deutlich eine Bernoulli-Formel, also man könnte auch den Check mit der Formel rechts machen, aber man erkennt ziemlich leicht, da passt eigentlich alles für eine Bernoulli-Formel. Und bei dem dritten Term erkennen wir hier hinten ebenfalls eine Bernoulli-Formel, allerdings steht noch eine 1- davor. Dieser 1- weist darauf hin, dass es sich eigentlich um ein Gegenereignis zu irgendeinem bestimmten Ereignis handelt, das mit der Bernoulli-Formel ausgerechnet wird. Also, wenn wir jetzt zurück auf unsere Teilaufgabe A gehen, dann schauen wir nochmal, was sie von uns möchte. Wir suchen die Wahrscheinlichkeit, dass genau 11 mal eine 6 gewürfelt wird. Naja, von oben aus der Aufgabenstellung wissen wir, dass wir insgesamt 20 mal werfen. Das bedeutet, n wäre bei uns, die Anzahl der Versuche ist 20. Dann genau 11 mal, das ist ja natürlich die Anzahl der Treffer, also k wäre 11. Und dann geht es um diese 6 oder um die Augenzahl 6 beim Würfel, und die Wahrscheinlichkeit für eine 6 ist natürlich 1 Sechstel. Und mit dieser Eigenschaften können wir eigentlich nur uns für die zweite Formel entscheiden. Schauen wir nochmal genauer hin. Also hier n ist 20, k ist 11. Das trifft auch hierzu, wenn wir die Formel vergleichen. Die Trefferwahrscheinlichkeit für eine 6 ist 1 Sechstel, was hier in der Klammer steht. Und hier hinten 5 Sechstel ist ja nichts anderes als 1 minus 1 Sechstel. Und die 9 oben ist natürlich 20 minus 11. Also alles passt und weist darauf hin, dass das die richtige Formel ist. Also die Antwort wäre sozusagen Römisch 2 oder die zweite Formel. Und es gibt tatsächlich noch eine Teilaufgabe B. Also die obere Aufgabenstellung samt dieser drei Terme blieb gleich. Und ich überfliege kurz jetzt die Aufgabenstellung bei der B. Formulieren Sie für jeden der beiden verbliebenen Terme ein Ereignis in Satz-Zusammenhang, dessen Wahrscheinlichkeit mit den jeweiligen Termen berechnet werden kann. Das heißt, bei der A haben wir schon festgestellt, dass Ereignis 2 für uns jetzt für die Teilaufgabe B nicht mehr in Frage kommt. Jetzt geht es nur darum, ein bisschen auszuformulieren, was diese anderen zwei Formeln sozusagen berechnen. Für alle Fälle, eventuell brauchen wir es früher oder später nochmal rechts die Bernoulli-Formel eingeblendet. Aber wir konzentrieren jetzt unsere Augen auf diesen ersten Term hier. Also wir haben ein Sechstel hoch 11 mal 5 Sechstel hoch 9. Gut, wir erinnern uns anhand der Aufgabenstellung. Es geht um die Anzahl der Sechsen hier. Und ein Sechstel ist natürlich die Trefferwahrscheinlichkeit für eine 6. Hoch 11 genommen, das bedeutet, wir haben praktisch 11 mal die 6 hintereinander. Hinten haben wir 5 Sechstel. 5 Sechstel ist natürlich das Gegenereignis sozusagen zu einer 6, also die Wahrscheinlichkeit, dass man keine 6 trifft. Und das Ganze passiert dann 9 mal. Und somit können wir praktisch ein Ereignis dafür formulieren. Also eine Antwort könnte lauten, in den ersten 11 Würfen wird eine 6 gewürfelt, in den nächsten 9 Würfen wird keine 6 gewürfelt. Die letzte Formel ist jetzt zugegeben ein bisschen nerviger. Und in erster Reihe fangen wir natürlich mit der Bernoulli-Formel hinten an, versuchen wir herauszufinden, was die berechnet. Also, wir haben unsere 20 Versuche. Dann k, die Trefferzahl ist 9. Und die Trefferwahrscheinlichkeit ist 5 Sechstel diesmal. Und dann hoch k, also hoch 9. Das bedeutet, diese Formel berechnet die Wahrscheinlichkeit, dass wir keine 6 haben. Also, weil p 5 Sechstel die Wahrscheinlichkeit für keine 6 ist. Also, Schlussfolgernd können wir sagen, die Bernoulli-Formel hinten, berechnet die Wahrscheinlichkeit, dass man bei 20 mal Werfen genau 9 mal keine 6 hat. Und dann kommt noch das Gegenereignis davor. Das Gegenereignis könnte man eventuell entweder so formulieren, wie hier unten. Es wird nicht genau 9 mal keine 6 gewürfelt. Also, das Nicht kommt von diesem Gegenereignis. Oder man kann es eigentlich auch aus einer anderen Perspektive sehen. Es wird nicht genau 11 mal eine 6 gewürfelt. Naja, ihr könnt euch das Ganze so vorstellen. Das ist ein bisschen komplizierter jetzt. Wenn ich 9 mal keine 6 werfe, bei 20 Versuche, bedeutet das indirekt, dass man 11 mal eine 6 wirft. Deshalb könnte man die Aufgabenstellung und die Antwort auch auf diese Art und Weise geben. Aber meiner Meinung nach ist dieser erste Versuch oder diese erste Formulierung hier ein bisschen einfacher zu verstehen. Ein kleiner Hinweis noch an dieser Stelle. Mir ist es bewusst, dass diese Formulierungen in Sachzusammenhang mit Gegenereignis für viele Schüler nicht so einfach nachzuvollziehen sind. Deshalb, wenn es Schwierigkeiten gaben, drückt euch auf Pause und schaut euch nochmal genauer die Aufgabenstellung an, die Formel bzw. unsere Antwort-Sätze. Ich hoffe, dass dann alles nachvollziehbar ist. Zum Schluss noch ein paar Hinweise, die weiterhelfen konnten. Ihr habt bereits gemerkt, man muss einige Grundlagen kennen, um diese Aufgaben zu bewältigen. Wie zum Beispiel die Berechnung des Binomial-Koeffizienten oder die Eigenschaften von Bernoulli-Experimente oder binomial verteilte Experimente. Außerdem könnten noch folgende Themen von Bedeutung sein in diesem Sachzusammenhang Erwartungswert und Standardabweichung bzw. Bernoulli-Experimente oder Binomialverteilung mit Taschenrechner. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn euch das Video geholfen hat,